So, jetzt sind wir wieder bei Terraria. Auf der Suche nach mir jetzt erstmal den Sandstein in der Bot, weil ich keine weiteren Ballons jetzt holen kann. Wieso ist der Guide gestorben? Weil es Nacht wurde. Ah, okay. Hätten wir ihm doch ein Haus gebaut. Hätte er mal selber bauen können. Kann er nicht. Nur der Spieler hat die Macht, Sachen zu bauen. Warum denn? Es ist so schwer, Blöcke auf dem Boden zu platzieren. Scheint so zu sein, ja. Oder er hat keine Blöcke und keine Werkzeuge und mit dem Werkzeug kann man dieses Spiel nichts abbauen. Ey, das ist mich der Arsch, will ich mal sagen. Okay. 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 So. Ich habe jetzt schon ewig keine Kiste mehr gefunden im Eisbium. Aber gigantisch ist es. Wäre auch komisch, wenn nicht. Okay, das ist eine sehr kleine Wüste. Wie geht es mit der aus? Die ist auch nicht sehr groß. Ah, wunderbar, da ist mal eine Kiste. Komm schon, was will ich denn mit einer Snowball-Kanone? Schneebälle schießen. Ich habe schon sechs Eiskisten dabei. Wahnsinn. Also ich habe sieben Sky-Kisten in meinem Mittag. Ja, da sind aber viele Himmels Hens. Und zwei davon habe ich gar nicht mitgenommen, weil ich einfach die Kiste nicht leeren konnte. Wegen keinem Mittagplatz. Also habe ich die auch nie abgebaut. Achso, ich lösche dann einfach den Rest und baue sie dann ab. Nein! Wertvolle Items. Ja, die du nie wieder wollen wirst. Doch, wenn ich sie brauche. Oder wenn ich zufälligerweise da hochgehe, um Wülfern zu jagen. Dann nehme ich die Küste wahrscheinlich um. Ja, weil du diese Insel jetzt wahrscheinlich so oft noch besuchen wirst. Ah, hier ist das Eisbihom zu Ende. Äh, ja, ist aber sehr ungünstig. Was mache ich denn da? Hochteleportieren mache ich da. Hochteleportieren elections liquide Silo. was zur hölle was ist denn das für eine generierung weiß einfach so eine riesige dreckwand vor mir und oben drüber geht dann naja das wasserbiom weiter ich habe übrigens eine anlage gefunden cool btf schau mal auf die map so weit oben ist das meer sieht gar nicht so schlimm aus naja aber da war keine abstufung da war eine fette dort waren und darauf ging es dann weiter hier ich falle diese fette dort waren drunter jetzt bist du ganz schön stück unter mir ist nicht immer die perfekte generieren aber fällt muss nicht realistisch ausschauen das sowieso nicht wer will denn das ich habe das gefühl mir schlägt mich so all spoilers hä hä da habe ich ein liebhörer mit ihr nicht gesehen erstmal post 1 drücken im himmel sind noch ganze drei ballons aber auf der anderen seite gibt es überhaupt welche gibt du das ist eine large map das ist glaube ich unmöglich dass wir gar keine ice gate spawn na ich finde gerade nicht mal mehr neue kisten du ich habe den amorten kisten erhöht also eigentlich ist es echt unmöglich dass du da was nicht finden kannst also ah ah ice gates gates apply oh die werden gröner zeigt diese truhen ok schauen wir mal wo du bist äh dafür gibt es einen shortcut um das zu öffnen hilft mir jetzt nicht ganz so viel kannst bitte wieder tag werden ich will hier stehen ohne gegner töten zu müssen oh da ist die schecke aber ich glaube den brauchen wir nicht kann man da glaube ich nur genau magic clubs upgraden also das ist eigentlich nur für magier etwas gutes ich bin gerade in so einem haufen pack eis dass das nichts droppt das wo man einfach draufhüpft aha du bist da 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 drunter da ist auf jeden fall eine ice gate kiste irgendwo irgendwo ist gut ja keine ahnung du bei mir ist die maps so schwarz an der stelle ich kann es nicht genau berechnen wo du jetzt auf der anderen map bist kannst du mir einfach ein bild schicken wo ice gates sind dann kann ich mich dorthin navigieren dauert dann trotzdem ewig aber es ist ein vorteil who needs the map keine ahnung ich kann nicht von mir ist das drücken alt druck start schneller hoch wird verarbeitet muss ja ein gigantisches bild sein das was der grüne ist das ist sind die ice gates töte gerade wikinger moment ok hast du übrigens gravity potions dort gefunden oh lol da ist ein blue slime mit ist das eine gravity potion diese zwei helleren punkte da sind quasi ice gates ja das ich hab dir gerade gesagt dass was blau ist ja diese zwei punkte ist das oh da hinten ist noch einer ok den habe ich gar nicht gesehen so dann schau ich mal das ist das marble biome in dem ich war so und jetzt schau ich in den himmel wissungsweise ne ich muss erst mal ich muss erst mal meine sandsteine bottle finden holen tun 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 mein gott we call potions oh warte hier in gris smoover sweetie kann ich essen wiii wie kann ich auch essen weg mit der shine potion woher ich nicht dangerous potion hunter potion ah location of enemies ja das brauch ich eigentlich auch nicht ok ok die wüste danach also nach dieser wüste kommt eine wüste und nach der wüste kommt die wüste wo ich mich runtergraben muss mal okay wir sind hier aufgefallen dass ich nicht gewünsinn bin wie ich steht so wüste das muss die wüste sein wo ich die pyramide auch gefunden habe ob ich hier nicht weiter gelaufen alle ente ente gut alles gut ja ich glaube ich bin einfach gar nicht hingelaufen die hat mich eingefroren witzig als weder maus olle eis geht's Hey, das ist so viel, das muss ich so ernst nehmen. Oder geht er da nach? Egal, es sind zwei. Oh, okay, das brauche ich nicht so. So, du suchst gerade Sandstorms, oder? Hab ich schon. Was suchst du dann noch? Ja, jetzt fehlen noch Ballons. Ah, okay. Du bist jetzt nur links auf Inseln geflogen, oder? Und rechts nicht? Links ist auch keins mehr. Einer ist über deinem Schneebium. Na, wünsch mir Glück. Ich weiß nicht, hast du Gravity Potion bei? Ja, eine. Okay. Genau, eins ist über dem Schneebium. Und dann kannst du eigentlich, wenn du das gefunden hast, nach rechts gehen. Na, wenn ich's finde. Schneebium ist schon groß genug. Ab jetzt noch... Der ist so circa der Mitte... Eig-e-e-eigentlich genau in der Mitte so fast. Welche Höhe ungefähr? Mittlere Höhe? Oh, Harpien. Sehr gut. Gutes Zeichen. Komisch. Keine Insel, aber ne Harpien. Ah, da ist was. Da haben wir was. Ja, ist da ein Shiny-Wed-Bloon drin? Ja. Okay, und dann links im Endeffekt, ähm... Da ist... Links ist so ne Wüste mit Untergrundwüste. Und da ist, bevor die anfängt. Nach dem Living Wood Baum. Links. Also da, wo du gerade bist. Also in meiner Richtung, aber nicht da, wo ich stehe, oder? Ah ja, doch. Ah doch. Oh. Oh, okay. Das ist diese Insel, die ich schon erkundet hab. Die werden bis nicht so up-to-date. Dann... Okay. Überm Dungeon. Wo ist der Dungeon? Rechts, oder? Ja, der ist rechts. Das ist aber noch ein weiter Weg. Weiß nicht, ob du bis dahin das noch aushältst. Garantiert nicht. Hä? Aber da ist ne andere. Da ist aber, glaub ich, kein Ding jetzt drin. Egal, bevor ich abstürze, lande ich jetzt hier. Die ist so weit oben, da hat man schon Space-Effekte. Da ist ein Hufeisen drin, das freut mich trotzdem. Du, ich kann nicht mit Hufeisen zuscheißen. Ich hab so viele Hufeisen brauchen wir gar nicht, wie wir haben. Egal, ich hab jetzt eins an, dann muss ich wenigstens auch nichts mehr... Ja, da ist ja gleich noch ne Insel. Direkt nebeneinander. Ja, Nachbar-Insel. Also... Da ist ein Star-For-Return. Lass' ich einfach liegen. Ich hab noch 18 Sekunden. Fünf Sekunden. Okay, jetzt hoffe ich, dass ich irgendwo lande. Immerhin bin ich schmerzfrei. Oh, oh ja, da ist eine. Ich bin auf einer Insel noch gelandet. Äh, noch ein Horse-Show. So, ich kann jetzt einmal abspringen und hoffen, dass ich da noch irgendwas finde von hier aus. Ansonsten hab ich Pech gehabt. Ist das Quimtain oder was leuchtet da? Kann sein, ja. Kann sein, ja. Oh, hi. Ist der doch auch hier? Wo müssen wir denn hochfliegen? Ja, über der Anden. Ich glaub nicht, dass du noch was hast dafür, oder? Ne. Ich kann... Ja, eigentlich genau über der Anden. Hast du Stack-Blöcke? Du meintest doch mal, du hast das 999 Matt. Jetzt kann er weiter dauern. Ah, geh weg davon. Ah. 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 Ja, auf der andere. Ah. 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 E-Knopfhörten. E-Knopfhörten. Immer noch nicht. Ist ganz schön hoch. Ist eigentlich mittlere Höhe. Also ist nicht so hoch, wenn man's so sieht. müsste er dabei kommen ich habe übrigens keine blöcke mehr okay egal hat gereicht shiny red balloon hast du platz dafür ja ich habe einfach die weg ausgehauen wollte ich verkaufen mein gott ist nicht so viel wert ich denke mal dass wir alles haben was wir wollten oder ich habe eisgates und wir haben genug luftballons ich bin also ziemlich zufrieden kann man abhauen und dann lade ich wieder die andere welt da nummer vier ist das jetzt das programm brauchen wir nicht mal hoffentlich erst mal so jetzt wird erst mal weggestackt ich werde ich bin jetzt mal eine metale ok sandstone habe ich das hier habe ich blizzard hole ich mir hier raus so shiny red balloons habe ich alle cloud in a balloon blizzard in a balloon sandstorm in a balloon und der balloons so und jetzt reforge müssen sie mit reife die fans geben vier damage vier damage vier damage was soll denn die scheiße ja ich hatte vorhin auch ein haufen pärchen habe schon fast 50 gold ausgegeben nur dafür dass man obsidian schild jetzt plus zwei die fans hat euch aufgegeben balloon wandel of balloons ist ja endgame item da kann man nichts mehr draus machen na dann gucken wir mal plus vier grad plus vier mili speed zwei prozent der mensch zwei prozent mili speed drei prozent der mensch vier prozent mili speed ein prozent der mit zwei prozent die zwei die fans zwei die fans für die oh mein gott vier die fans ok bin glücklich hat weniger gekostet als ich gedacht brauchst du archery potions ich dachte du wirst bogenschützer ja da hast du auch recht also werde ich sie nicht verkaufen du hast doch noch gedacht doch jetzt sein ding ins was jetzt nichts verkaufen was doch ich brauche geld immer ja aber es kann jetzt das raus was du brauchst also fertig ja aber ich brauche vielleicht später irgendwann mal wieder geld so wo habe ich denn die pfeile eigentlich letztes mal hingesteckt ich glaube die unbenannte kiste hier also ich bleibe jetzt eigentlich sinnlos oder ich habe hier in dieser kiste wo ich gerade stehe in haufen pfeile für dich nur so zur info warum auch nicht ich glaube nicht dass meine tränke wollen sich nicht quick stacken während du in der kiste bist das ist ja gemein ja macht's denn na jetzt ging es aber ich habe immer noch welche was sollen ist ah ich brauche sieben gold eigentlich so viel kriege ich glaube ich gar nicht aber doch sieben gold aha hat er plötzlich gold probleme ja tut mir leid wenn das wie vor wenn ich jetzt eine scheiße wie fortune kriegt dann habe ich gold probleme ja ein defense nein das will ich nicht aber kann ich nicht so viel glück haben wie ich beim warm scarf hatte ich kann dir ein magic mirror zum verkaufen geben oder andersrum ich gebe dir einfach das geld nachdem ich alles verkaufte mal ne frage ähm willst du willst du gps haben willst du das end item vom deinem teleport item haben die mühe werde ich mir wahrscheinlich nicht machen es sind zu viele schritte ich lasse aber trotzdem da äh eigentlich gar nicht verkaufen weil ich es ja schon soweit habe so frost spark boots sind ja die letzte entwicklungsstufe der schulge kein material mehr mal ne frage wie kann man die upgraden wer hat keins mehr erw tf weg damit die bräunet was das ist teuer 15 gold als ziemlich verarschen denn der ist teuer ja und das war es mit meinem platin 4% move and speed egal scheiß auf walling habe ich eben 4% move and speed warte mal kann man expert access service auch verkaufen ja kann man wie wäre es wenn du die 5 magma stones die hier rumgammeln verkaufst ich glaube nicht dass wir die alle brauchen mein gott man muss nachgucken ob wir die alle brauchen wie viele wir davon brauchen oder die 4 climbing claws und 3 climbing claws und ich habe show spikes gefunden aber tiger climbing gear haben wir auch schon zweimal da drin also ich weiß nicht ich rechne das halt so dass wir alle 3 technisch gesehen das fertig machen können was heißt fertig ja die das letzte von den items das zu diesem item baum gehört ich weiß gar nicht von welchem du redest das ja von jedem von den items die da drinnen liegen ok das ist nur für mich da verkauf ich davon alle außer einem wünsche mir glück danke endlich warding weißt du was du kannst mein rechtsgeld haben hier ok danke 4 defense 4 defense 4 defense jetzt habe ich noch 2 trinkets die keine 4 defense haben aber da ich die noch weiter ausbauen kann mache ich das auch nicht das wäre meiner Meinung nach echt nur eine geldverschwendung von den teppichen kannst du theoretisch auch einen verkaufen teppiche oder ich weiß ja nicht ja die teppiche wenn er es ist so wie es sind zwei drin und wir brauchen wenn überhaupt dann eigentlich nur einen der hat ja gar kein upgrade ja also wenn ihr wer benutzt will aber eigentlich ist das hoverboard glaube ich besser später oder also von dem her naja egal also ich würde sagen wir werden nicht vergessen und ciao genau tschüss genau tschüss